1973 bekam er 1973 bekam er in der sparte gemasieger für den kleinen prinzen ist alles quatsch was ich sage er bekam jetzt gerade nämlich am 29 september in der friedrich ebert hall in ludwigshafen zum dritten mal die goldene stimmgabel und jetzt komme ich zum gemasieger nämlich aus dem jahr 1973 die goldene stimmgabel wie gesagt für den kleinen prinzen und vielleicht öffnet sich beim nächsten mal das tour zum garten der träume unser siegestor für den jungen mit der mundharmonika und dann wird das für ihn der ganz normale wahnsinn sein mit der startnummer 7 bernd das ist der ganz normale wahnsinn mit dir ich will dich immer so wie jetzt und hier und du weißt ich kann doch gar nichts dafür es liegt nur an dir sag doch endlich dass du mich willst und zu mir gehörst sag doch endlich was du so fühlst und was dich so stört ich will dich verfüren ich will dich verführen ganz nah bei dir sein deine wärme spüren doch du sagst nein das ist der ganz normale wahnsinn mit dir ich will dich immer so wie jetzt und hier und du weißt ich kann doch gar nichts dafür es liegt nur an dir das ist der ganz normale wahnsinn mit dir auch wenn ich immer noch nicht ganz kapier ich will dich immer so wie jetzt und hier es liegt nur an dir du weißt du weißt es fehlt nur etwas mut es liegt nur an dir ich will dich verfüren ganz nah bei dir sein deine wärme spüren doch du sagst nein das ist der ganz normale wahnsinn mit dir ich will dich immer so wie jetzt und hier und du weißt ich kann doch gar nichts dafür es liegt nur an dir das ist der ganz normale wahnsinn mit dir auch wenn ich's immer noch nicht ganz kapier ich will dich immer so wie jetzt und hier und du weißt ich kann doch gar nichts dafür es liegt nur an dir du weißt 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 du we